Du denkst, das iPhone 13 Pro Max hätte die beste Akkulaufzeit in einem Handy? Dann liegst du ganz falsch. Denn das Energizer Power hat eine Akkukapazität von sage und schreibe 18.000 mAh. Es ist einfach ein Backstein und wiegt über 500 Gramm. Damit kommt man easy 1-2 Wochen durch, ohne sein Handy aufladen zu müssen. Folgt mir für weitere solche Videos.